Wenn seine Leute Mist bauen. Es ist die blöde Fledermaus! Ich töte dich, Wendme! Platsch, 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 Platsch. Ah, diesmal hat man, funktioniert es besser mit dem Contra? Sieht bis jetzt so aus. Jawohl, bis jetzt kommt der Contra. Ach, und dann dreht er mich doch. Ach Gott, nein. Hopp, ein kleiner hier, zack. So ist's. Am Störgeräteturm befinden sich drei Konsolen. Ich muss alle drei zerstören, um ihn auszuschalten. Einen Störsender weniger. Ich sollte nach weiteren suchen. Was es gibt noch? Was ist da draußen los? Eines der Störsignale ist gerade verschwunden. Sorry, Mr. Kabelkotter. Ich weiß nicht. Dann find's raus. Und während du das tust, überprüfe auch die anderen Störgeräte. Sonst komme ich nämlich runter und stecke die Reste nach voll. Ich entferne mich immer weiter, dafür. Joker hat ausgelacht. Man sagt, er stirbt. Okay, die Richtung scheint zur Stimme. Wo ist Batman hier? Boah. Funktioniert es? Der Lockdatal zufolge werden sämtliche Frequenzen gestört. Im gesamten Bereich funktioniert kein Funkgerät. Cool. Da bist du ja, Batman. Es ist Batman. Komm hier rüber. Batman. 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 He auf mit einem scheißdreck zu ballen rücken. Keine Bewegung. Keine Bewegung. Wer kreischt dann do? Muss ich mal gucken, wer da rumkreischt. Das Signal ist wieder gestört. Anscheinend hat Pinguin irgendwo unter Arkham City einen letzten Störsender aktiviert. Ich wusste immer schon, dass du feige bist. Woher ruft denn der? Halt mir! Halt mir! Halt mir! Halt mir! Das war das Wittler-Symbol. Mensch, wir erfrieren hier! Schick uns mal ein paar arme Klamotten runter! Halt mir! 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 Schuessstelle. Nicht Ali. Die überleben keinen Tag. Okay, das kapier ich auch nicht. Achso, jetzt haben wir wieder Anzeige. Sehr schön. In die Richtung, wirst du weniger. Gut, dann schauen wir doch mal nach. Wo die Anzeige uns hinführt. Die Fledermausch bringt die Jungs zu frei. Tötet ihn! Die Jungs ist nicht sicher. Die Jungs sind nicht sicher. BATZ! In your face! Wir haben einen Stufenaufstieg. Ich nehme noch mal Panzer und gegen Schusswaffe. Mal ab und zu kommen, aber doch in der Situation, wo ich dann ganz schnell reagieren muss. Und...ja. Pinguin schickt sie runter um einen weiteren Kommunikation... Ihr Fledermaus! Ich schätze, wir versuchen immer noch Batman dran zu hängen. Eigentlich hat der Batman bald erledigt. Jedes Mal, wenn Pinguin so ein Ding anwirft, funktioniert mein Handy nicht mehr. Na los! Lauf! Versteck dich! Wir finden sich! Der Name ist von Ramp. Hast wohl zu viel Schiss um zu kämpfen! Wo du auch bist, Madman! Ich werde dich schicken! Jetzt schon haben wir die Situation. Da lang! Wer ist da lang? Dass sie rumballern. Ich wusste immer schon, dass du feige bist! Na los! Lauf! Versteck dich! Wir finden dich! Was willst du dann? Du bist doch genauso K.O. Ich kriege hier Missionen gezeigt, aber was? Was ist hier? Ach so, Frise. Wohl eher Angst-Man als Batman! Worauf wartest du noch, Batman? Naja, ich suche das Scheiß-Teil. Verdammte Kacke. Ach so. Hab verstanden. Pinguin-Klang. Echt sauer. Batman pfuscht ihm in seine Pläne rein. Funktionieren diese Dinger überhaupt unter der Erde? Die waren wohl schnell ausgeschaltet. Die waren gut ausgeschaltet. Okay, ich muss erst das Ding stellen. Rausreiße! Keine Maschen aus! Arkham is silent! Oh, halt! Gehen wir ja wieder zurück, das wollen wir ja nicht. Wir müssen wieder rutschen, das kann nicht nur so gut. Ich sag dir, er ist es! Unmöglich! Sieh genau hin! Er sieht groß aus, oder? Er ist grau! Der Tag muss schon über 100 Jahre alt sein, und dann müsste er derselbe Kerl sein. Selbst wenn er es wäre, woher sollte Fingu in ihn haben? Keine Ahnung, aber er ist es ganz sicher. Hat sogar einen Namen. Solomon Grundy? Was für ein bescheuerter Name. Das ist doch das, was man im Museum hören kann. Du weißt schon. Solomon Grundy, geboren am Montag. Du könntest recht haben. Hm. Ach, kacke. Hm, nur Baseball-Schlächer. Alles klar. Vorsicht, Peter Maus! Wow! So schnell war ich noch nie mit Gegner fertig. Ihr habt den Finguin gehört. Batman ist auf dem Weg. Gut. Ich wollte diesem Freak schon immer mal auf die Fresse. So, wir gehen jetzt mal durch den Kanal, weil Kanal-Krawler haben wir ja schon in Lagen überseilen. Mit Vorliebe gewohr. Ist irgendwie unser Hobby gewohr. Mehr geht's mehr wieder. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir safe sind. Wieder Leute mit Waffe. Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Lass den Jahr nicht an meine Unterbrecher rankommen. Binguin dreht durch. Wir müssen schnellstens zu Batman. Uns gehört Arkham City. Jeder, der anderer Meinung ist, kann uns mal. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich stelle mal das jetzt am Bestauen. Schwupps! Einer weniger. Ich sehe, was du machst. Oder jetzt? Was? Der kam von hier drüben, ganz sicher. Wenn ich noch einen Batarang werfe, verrate ich meine Position. Wow, die schießen mir die Dinger weg. Voll krass. Mann verletzt! Mann verletzt! Was machst du da? Er ist da lang! Eigentlich war das nicht verkehrt. So, da haben wir das Teil. Das war der letzte Störsender. Jetzt müsste ich eigentlich in das Museum kommen. Das heißt, das ganze Kanalisationssystem wieder zurück. Da oben kommen wir nicht raus. Was ist da unten los? Hallo, hat dir jemand die Güte zu antworten? Ich habe nur von euch verlangt, dass ihr ein paar beknackte Maschinen aufstellt. Und was ist? Nicht einmal das könnt ihr... Ich hoffe, dass euch Batman jeden einzelnen Knorfen bricht. Ich hoffe, dass ihr gar nicht unverzweifelt nach Luft schnappt, weil eure Lungen von euren Rippen durchbohrt wurden. Wenn dem nicht so sein sollte, dann rate ich euch, euch aufzuraffen und die Beine in die Hand zu nehmen. Denn nach Batman kümmere ich mich um euch. Wie Renne droht. Wie süß. So. Ne, 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 ne. Falsches Gadget. Ah! So. Dann geht's. Dann checken wir mal das hier. Ja, wie simpel. Bisschen windig hier. Kleiner Ruggler-Hart-Step. Autsch. Autsch. Du wirst sterben, Batman. Autsch. Dich wird man in Ake... So. Ich höre wieder Telefon. Aber ich ignoriere das Telefon jetzt. Weil ich will endlich Frieza mache.